Upe mit einem Fahrzeug bei Grim Gables und bei der Knobie Hütte. Also ich würde euch empfehlen hier bei dieser Hütte zu landen. Hier findet ihr meistens Fahrzeuge. Ich zeige euch danach aber noch Fahrzeuge, die ihr da in der Nähe von Grim Gables finden könnt. Also fahrt hier von der Hütte Richtung Grim Gables. Jetzt fahrt ihr hier nach rechts. Und hier bei Grim Gables hupt ihr einfach im Fahrzeug. So, also ich zeige euch jetzt direkt im Anschluss zwei Orte, wo ihr sonst noch hier ein Fahrzeug in der Nähe findet. Also zum einen findet ihr hier bei dem Ballon meistens ein Fahrzeug. Das wäre genau dieses. Ansonsten hier bei der roten Stahlbrücke findet ihr meistens noch ein Fahrzeug. Wenn ihr weiter fahrt, dann findet ihr hier bei der Tankstelle noch Fahrzeuge. Ansonsten findet ihr noch meistens ein Fahrzeug hier rechts und hier links. Oder hier bei Wrave Cave bei der Einfahrt findet ihr auch Fahrzeuge. Jetzt fahrt ihr Richtung Realitätsbaum. Hier biegt ihr jetzt nach rechts ab. Fahrt über die kleine Brücke. Hier meistens links steht ein Fahrzeug. Jetzt biegt ihr hier nach links ab. Fahrt hier bei den Geysieren vorbei. Jetzt seid ihr bereits bei der Knobiehütte. Jetzt müsst ihr nur noch gucken und ihr habt die Aufgabe erledigt.